Er hat Frauen beleidigt, erniedrigt und beschämt. Er kann nicht Präsident werden, wirft Hillary Clinton ihrem Gegner Donald Trump vor. Donald Trump entgegnet, Bill Clinton aber hat Frauen vergewaltigt, Hillary hat sie erniedrigt. Sie ist es, die sich schämen sollte. So ging es bei der zweiten Fernsehdebatte zum US-Wahlkampf 2016 zu. Ich finde es extrem peinlich, wie die zwei Präsidentschaftskandidaten sich gegenseitig Undaten vorgeworfen haben. Mir ist schon klar, das gehört zur Wahlkampftaktik und das Publikum mag natürlich solche Schlammschlachten. Dabei denke ich daran, wie schnell wir selber oft von unseren eigenen Fehlern ablenken und die Schwächen eher bei den anderen sehen. Ich möchte da lieber bei mir selber anfangen, reinen Tisch zu machen. Meine größte Schwäche ist zum Beispiel, dass ich mich immer wieder von Gott trenne. Gott ist die Liebe. Und mich von Gott trennen heißt, dass ich weniger Liebe in mir habe, Liebe zu den Menschen und auch zu mir selbst. Das ist Sünde, Absonderung von Gott, Absonderung von der Liebe. Ich glaube, dass Jesus genau diese Entfernung zwischen mir und Gott aufheben kann. Mit anderen Worten, er kann Sünden vergeben. Ich vertraue, dass ich das besonders in der Beichte erleben kann. Dabei sage ich einem Priester meine Sünden und ich weiß, dass er das für sich behält. Er spricht mich dann im Namen Jesu los von meinen Sünden. Ich weiß, dass mich das wieder mit Gott verbindet und das stärkt mich zu lieben. Dann brauche ich zum Beispiel nicht andere beschämen, indem ich ihnen ihre Fehler vorhalte. Das macht eben der Glaube, dass Jesus mir Sünden vergibt.